Hallo zusammen, hier ist wieder heute Laren, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg aus dem neuen Mega-Dungeon und zwar finden wir das unter Dungeon Schlachtzüge, dann Dragonflight und hier haben wir den Erfolg Chaotische Zeit. Für diese Achievement müssen wir folgendes machen, besiegt manifestierte Zeitwege in der Dämmerung der Ewigkeit auf Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr drei chaotische Zeitportale aktiv habt. Und wie wir das machen, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir hatten hier schon ein bisschen was an Trash getötet. Wichtig ist, wir haben geballte Zeit diesen großen Mob, davon sind zwei da. Die dürft ihr nicht sofort töten, am besten macht ihr den anderen Trash und behaltet zumindest einen von denen auf. Denn die spawnen diese großen Kreise, mit diesen großen Kreisen müssen wir jetzt auf die neutralen Mobs drauf, wie ihr hier seht, der Krieger macht das gerade schon. Dann wären die angreifbar, jetzt müssen wir die zusammensammeln und zu diesen Portalen bringen. Und die explodieren nämlich nach einer Zeit und die müssen halt auf diesen Portalen explodieren. Wenn da fünf Stück quasi drauf explodieren, fünf von diesen Mobs, dann aktivieren sie dieses Portal und sobald das Portal aktiviert ist, können wir weiter. Wir müssen insgesamt drei Portale aktivieren und wenn wir alle drei Portale aktiviert haben, dann können wir dementsprechend den Bosskampf beginnen. Wenn sie aktiviert sind, dann fliegen da so AE-Fähigkeiten raus. Ihr seht das, da haben sie so einen Effekt wie das Portal hier gerade und dann fliegt einfach so ein AE raus. Also das heißt quasi, dass sie einmal aktiviert sind. Solange diese Kugel da noch ist, sind sie nicht aktiviert. Und ja, ich würde sagen, jetzt gucken wir uns an, was dann im Bosskampf dazu kommt. Springen wir vielleicht noch einen Ticken vor hier. Genau, also ihr seht, wir haben jetzt hier diese Portale aktiviert. Da fliegen jetzt immer aus drei Portalen dementsprechend diese Strahlen hin. Und im Bosskampf kommt es auch. Also ihr seht, einfach im Bosskampf sind die normalen Fähigkeiten plus diese Strahlen alle paar Sekunden. Und mehr ist es nicht oder so Void Zones sind es halt. Macht es halt ein bisschen schwieriger zu dodgen. Wirklich schwierig ist der Boss dann tatsächlich auch nicht. Ihr könnt ihn ganz normal runterspielen. Und ja, sobald ihr das gemacht habt, mit den drei Portalen aktiv, kriegt ihr dementsprechend das Achievement. Nochmal kleine Randinformation. Eins von den Ads patrouilliert am Anfang rum. Und ein anderer steht in der Gruppe. Wenn ihr es euch einfacher machen wollt, dann macht erst alle Gruppen. Lasst das, was patrouilliert quasi stehen. Und öffnet dann die Portale. Wir hatten es andersrum gemacht gehabt, weil wir das nicht so ganz gecheckt hatten am Anfang. Aber ja, da könnt ihr es euch vielleicht noch ein bisschen einfacher machen. Gut, das war es mit dem kleinen Achievement Guide. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt es gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.